und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von let's play paper mario 64 wir müssen irgendwie zur sonne gelangen und ich frag mich wo ich gehe erstmal hier lang wo ich nicht weiterkomme weil hier einfach mal wohnen und ein stein also wie es aussieht muss ich eh oben hin ob wir die sonne je finden werden müssen wir eigentlich um dieses gebiet trennen zu können und den stern zu befreien nintendo logik sondern einfach mal hier und es brennt überhaupt nichts macht sinn nicht hey hallo ich habe nicht damit gerechnet dass jemand bis hier herauf kommen würde ich bin die sonne nein das ist nicht ganz korrekt ich sollte sagen ich war die sonne die wolken die aus schnaufe last puff puff maschine kommen diese wolken versperren mir den weg in den himmel als sonne bin ich eine völlige versagerin jetzt müssen alle blumen und pflanzen auf den blütenfeldern leiden wo sie steht bist du von der puff puff maschine ich glaube du findest die östlich von hier die wolken scheinen aus dieser richtung zu kommen warum möchtest du das wissen glaubst du könntest die puff puff maschine zerstören nein das ist unmöglich über anstrenge dich nicht mein freund du kannst ebenso gut wieder nach hause gehen keine sorge liebe sonne ich werde die puff puff maschine zerstören optimistisch sowas gewünscht hat von cosmo und wonder ihr weißt das schon die mann ich glaube nicht dass wir uns schon kennen ich meine du bist mario oder mein name ist lucky läster nein ich heiße hugo nein oh ja spike ja ja ich bin spike oder wie auch immer mir auch egal pass auf ich persönlich habe zwar kein problem mit dir aber ich habe befehle von schnaufe laufe tut mir leid man aber ich muss dich jetzt vermöbeln wie ich schon sagte tut mir leid war das jetzt cool ja total cool es geht los mann spike fahrzeichen er sagte sein name spike erscheint einer kito zu sein aber er ist wohl mit abstand der eigenartigste den sie gesehen habe maximal 50 angriffskraft 4 verteidigung 0 er wirft mit stache ein jedes nur mir so oder hat er sich selbst bei kuku oder lacklister genannt komischer kerl ich frage mich wie er oben wirklich heiß wir machen das geht eigentlich voll klar wir machen uns drei schade ich denke mal es geht voll klar glück dann kann man damit buch oder halt was drauf das sollte man eigentlich überstehen auch wenn ich nicht kontern kann also es gibt tage der clubs und es gibt tage der clubs nicht der nächste und da war's der nächste und da war's aber kommen genau auf 14 ja mann du bist der knallhart ich gebe auf mann mach schon gibt mir den rest ich habe keine angst mach mit mir was immer du mit kerl machst die du besiegt hast verblumen ins auge warte auch nein lucky lulu nein bitte sei bitte gnädig mit meinem armen süßen lucky lester nämlich nicht lucky lester ich bin spike ja ich habe dir doch gesagt dass ich schon letzten monat meinen namen geändert habe ich meine mann warum musst du mich immer so bloß stellen obwohl aus irgendeinem kunden mag ich dich deswegen umso mehr ich meine was nein habe ich das eben dort gedacht aber vergisst dass ich das gesagt habe ach egal ich habe meinen kampfmann gegen mann verloren daher muss ich nun der sache stellen warum bitte verzeih ihm mein lucky lester hat nur getan was ihm schnauf oder befördert wirklich ganz ehrlich du verzeihst ihm oh vielen dank hör auf mich lucky lester zu nennen das ist so ein blöder name ich heiße spike ba haik hörst du mir überhaupt zu langsam bekomme ich den eindruck dass der ganze deal ziemlich blöd ist ich habe für schnaufler gearbeitet weil ich teil von etwas großem sein wollte aber alles was ich zu tun habe ist sinnlose kämpfe auszutragen das ist nicht gerade das was ich mir vom leben erwarte was ich wollte war ey man ich habe eine frage warum in aller welt kämpfst du eigentlich für den weltfrieden weltfrieden wie ist das nicht ein wenig melodramatisch obwohl ich zugeben muss dass diese noble ansicht einen gewissen männlichen charme beinhaltet hier so muss es sein ich gehe mit dem mann oh nein lucky lester du kannst mich nicht verlassen bitte nimm mich mit ach lucky lulu bleib locker du musst das verstehen ich mache das doch alles nur für dich ich gehe ich muss meinem mann stehen warte auf mich wenn ich zurückkomme bin ich ein noch viel männlicher lucky tut oh ok ich werde auf dich warten lucky lester aber wenn du nicht in einem stück zu mir zurückkommst wird dir das sehr leid tun junger mann ich schwöre es dir wenn ich mir sorgen machen muss nämlich eine stache und ok genug davon dann sollte ich wohl dafür sorgen dass ich härter als du bin wenn ich zurückkomme kenne ich mir dein lächeln zum abschied bis umso viel süßer wenn ich deine beißerschen sitzen sehe bis dann lucky lester gehört zum team drücke nach unten um auf lucky lester stachen und lover zu überqueren im kampf kann er einen gegner mit stache flip überall oder alle gegner mit dachy wurf nach guter alter lucky du manier ordentlich performieren oh mein lucky lester kommt bald wieder ich werde mit einem lächeln auf dich warten oh mein lucky spike blub 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 ui das ist praktisch flup so aber ich gehe mich dann erstmal heilen und lass dich raten gleich bin ich da bei der buff buff maschine bin ist das so ein halblog ich sie es doch jetzt schon kommen ich sehe es doch jetzt schon kommen ja nicht so viel reden ich muss schlafen hast du gut geschlafen jetzt da du dich aus gotas wird deine reise viel einfacher sein ich werde es sehen ich werde es sehen du 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 puff puff aber erstmal hole ich noch den level up für meinen partner ab noch mal zuerst da grunde wieder laden eigentlich war der nicht gegen euch kämpfen ich mensch das bisschen Ich dachte, ich flippe. Ach komm. Oh Gott, die überleben. Nee, die machen mir keinen Schaden. Nice. Ich mache mir keinen Sorden. Und das macht reich schön. Okay, das ist gut. Ich muss hier wieder gegen alle Gegner kämpfen. Halleluja. Okay, das geht schnell. Wahrscheinlich möchte ich nur Erfahrungspunkte sammeln. Okay, wenn es immer nur einer ist, dann geht's schnell. Erstangriff. Kann sich nur um Jahre handeln. Kann sich nur um Jahre handeln. Wann bin ich jetzt wieder vorgeheilt? Hm? Ich habe sogar fast alle PP-Punkte wieder. halb. Ähm. Ja, gut. Nun. Ich kann nur zwei Scherl machen. Das ist auch ein bisschen. Nee. Nee. Du bist ja. Nee. Du bist ja. Nee. Nee. DEMONSTORM Ah, das war's. Okay. Dann haben wir ein Level-Up für dich. Er lernt Wolke Nummer 9. Kein Gegner wird dich treffen. Mir ist das eigentlich Power Carrier ein bisschen unnötig geworden. I'm just saying. Jetzt kann ich doch bestimmt ganz hier rüber. Ich muss irgendwie da hochkommen. Ich muss irgendwie da hochkommen. So. Ich möchte jetzt noch den Roten aktivieren müssen. Nein, warte, ich muss einfach nur so machen. Dann komme ich ja nach oben. Okay, das Rätsel ist einfach. Da muss ich schon wieder ein. Level Up Upgrade. So, erster Angriff erfolgreich. Ach, euer Liebesbisschen. Erstmal den gelben Kamekir. Oh, feige. So, dann muss ich mal hier ein bisschen schaden. So, eigentlich gehe ich schon mal Down. Ich hätte auch beide Down gekriegt mit ihren Ladyfisher, aber warum BP-Punkte verschwinden? Oh, backen Level Up. Dankeschön. Ich komme es irgendwie dahin. Und wieder erst angriffen erfolgreich. Oh, ähm, das könnte was dauern, I guess. Äh, vielleicht nehme ich doch Ladyfisher. Okay. 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 Und wieder down. Um, I would passen besser than Schuppo. Good luck. Okay, das ist doch besser als gedacht. Damit kann einer deiner Freunde aufgestopft werden. Welcher Mitschleiter soll aufgestopft werden? Multikopfnuss, er erlärmt Feuerpanzer, den Gegner brennt bald der Kittel. Das hört sich doch nice an. So, irgendwie spammen sie jetzt diese Boxen. Ampala, das wollte ich nicht. Ähm, das wollte ich eigentlich machen. Klipp. Klipp am Minstie in Tottaun. Hallo, ich schon. Hier ist nichts. Okay, das hört sich nach der Puffpuffmaschine an. Aber ich sage jetzt an dieser Stelle sehr vielen Dank für's Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, tue de lue! Komm, dann